Musik Stimmungsvoller Auftakt zu einem Fest im Diener Austria Center am vergangenen Samstag. Geladen hat die muslimische Jugend Österreich und Tausende sind gekommen. 100 Jahre Islamgesetz in Österreich gab es zu feiern. Wir wollen heute mit diesem Fest ein ganz wichtiges Zeichen setzen. Und zwar wir muslimischen Jugendlichen, wir sind hier nicht nur Teil von Österreich, sondern wir wollen unser Land, unser Österreich auch selbst mitgestalten. Aus dem ganzen Land sind junge Muslime und Musliminnen angereist, gebildet und selbstbewusst. Muslime in weniger privilegierter Position haben wir hier nicht getroffen. Sarah Momani ist seit Jahren in der Jugendbewegung engagiert. Für die 21-jährige Chemiestudentin ist Bildung eine der wichtigsten Säulen der muslimischen Identität. Die Jugendlichen wollen sich in der Gesellschaft stärker positionieren als bisher. Identität, dass ich eine Österreicherin bin, dass ich eine Muslimin bin, das ist für viele Jugendliche noch nicht selbstverständlich. Aber es sollte zu einer Selbstverständlichkeit werden. Denn sobald es zu einer Selbstverständlichkeit wird, dass ich nicht nur Muslimin, sondern auch Österreicherin bin, dann wird auch die Partizipation zu einem Teil der Verantwortung, in dem sich die Jugendlichen sehen. Religion bestimmt alle Bereiche in Sarahs Leben. Im Islam hat sie eine Orientierung gefunden. Sie sieht ihren Glauben auch nicht im Widerspruch zu Modernität und Offenheit. Der Islam ist für mich nicht nur eine leise Hintergrundmusik, die mich begleitet in meinem Leben, wenn es mal schwerere Zeiten gibt. Sondern der Islam ist für mich ein alltäglicher Wegweiser, der mir jeden Tag das Leben erleichtert durch meine Religiosität. Mein Praktizieren des Glaubens ist es, was mein Herz an diesem Land so bindet. Also die Freiheiten, die mir dieses Land gibt und die Würde, die ich jeden Tag spüre, gibt mir auch die Freude, diesen Glauben auch auszuüben. Eigentlich wurden Sarah zwei Kulturen in die Wiege gelegt. Sarahs Mutter kommt aus Österreich. Ihr Vater stammt aus Jordanien. Mit 18 trägt sie zum ersten Mal ein Kopftuch. Doch wie geht sie mit Vorurteilen und Ressentiments um? Meine Mutter war nicht so begeistert von der Idee, dass ich jetzt Kopftuch trage. Es war nicht, dass sie an sich gegen das Kopftuch war. Es war einfach, und das verstehe ich auch aus Sicht der Mutter, dass sie sich Sorgen gemacht hat. Wenn dich die Leute auf der Straße sehen, werden sie denken, dass du unterdrückt bist. Sie werden denken, dass du kein Deutsch kannst. Man wird dich für eine Putzfrau halten. Du wirst keinen Job bekommen. Aber ich habe mich so sehr mit diesem Thema auseinandergesetzt. Und ich habe einfach gemerkt, das ist etwas, was ich wirklich will. Und es ist etwas, was mir wirklich wichtig ist. Sarah geht ihren religiösen und gesellschaftlichen Weg. Konsequenter als viele andere muslimische Jugendliche. Sie begreift sich auch nicht als Teil einer Parallelgesellschaft. Welche realistischen Chancen sind sie für eine bessere Integration der jungen muslimischen Gesellschaft in Österreich? Ich glaube, der erste Punkt ist, dass man mal von diesem Wort Integration wegkommt. Und diese Jugendlichen sind ja unsere Jugendlichen. Unsere österreichischen Jugendlichen, die hier aufgewachsen sind. Da geht es doch viel mehr darum, dass man darüber redet, wie inkludiert man diese Menschen in die Gesellschaft? Wie fördert man sie? Wie kann man ihnen eine Wertschätzung vermitteln? Dass sie schlussendlich so weit kommen, dass sie auch selber sagen, meine Identität sehe ich hier in Österreich. Und ich will teilhaben an dieser Gesellschaft. Teilhaben an dieser Gesellschaft. Das ist für viele Muslime noch ein weiter Weg. Aber die neue Generation versucht einen Neuanfang. Und der klingt ziemlich ambitioniert. Teilhaben an dieser Gesellschaft. 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 Vielen Dank.